So Leute, ich bin heute im Olympiapark in München und habe mein Kanu mitgebracht. Ich will nämlich mit dem Kanu hier den Berg runterbrettern, dann auf die Rampe und eine Kanurolle in der Luft machen. Dann sehe ich so wie so der Rasen so unter meinem Kopf. Dann lande ich wieder und unten ist ein See. Dann muss ich nur so einen kleinen Fahrradweg überkreuzen und dann... Ist jetzt kein Spaß mehr, ich schaffe das jetzt. Denkst du, das merkt einer nicht, oder? Hat geklappt? Ja. Wir sehen uns. Macht's gut.